Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2, der mittlerweile schon sechsten Folge, Leute. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich noch nichts geschafft. Die Welt ist so groß und man muss sich hier erst echt mal reinfuchsen, weil es hier so viel Zeug gibt, mit dem du hier bombardiert wirst. Das ist echt schon extrem viel, muss ich sagen. Und ich glaube, das war noch nicht alles, da kommt noch viel, viel mehr. So, ich habe mir jetzt mal ein Ziel ausgemacht, was wir heute machen werden. Und dann, wir werden heute mal zum Reverend Swanson reiten und dann schauen wir mal, was uns der jetzt erzählt hat. Der hat irgendwas komisches unten am Fluss gefunden und da schauen wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Sobald wir aus dem Lager hier raus sind, können wir dann auch das Pferd rufen. Also ich glaube, sobald man schnell laufen kann, ist man eigentlich aus dem Lager raus jetzt. Und wir holen unser Pferd mal. Da hinten kommt es schon. Ich muss dazu sagen, Leute, das kommt auch, wenn man extrem weit weg ist. Ich hatte es vorher in der Stadt mal gerufen und es war ja eigentlich im Lager und es ist trotzdem hergekommen. Zwar erst ein bisschen später, aber es kam auf jeden Fall. Ferti. Kommst du bitte mal. Jetzt komm her. Hier, hier. Ah, ich kann da wieder nicht aufsteigen, wenn ich auf dem Pferd bin, oder? Komm mal her jetzt hier. Komm mal her. Wahrscheinlich kann ich nicht aufsteigen, oder? Doch, kann ich. Der Feuer konnte ich eben nicht. So. So, schauen wir mal, ob wir jetzt da hinfinden. Leute, wenn euch das Video hier gefällt, lasst mir doch Like, Kommentar oder auch Abo, da würde mich alles sehr, sehr freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord. Wanderer rum, wo ich will. Haben wir uns verstanden? Ja. Okay, hier haben wir auch schon Jetzt können wir unsere Pferde um anmachen. Reverend Swanson. Wie ist eigentlich was für die Pferde, oder? Zu anmachen. Pferd anbinden. Oh, hoffentlich kommt da irgendwann ein Patch. Pferd? Ah. Wenn es angebunden ist, können wir praktisch... Das Einzige, was immer weiß ich, ist der Revolver. Der kommt ja irgendwann mal ein Patch, wo so dann das rausnehmen, dass man dann automatisch trotzdem das Gewehr dabei hat. Das wäre nämlich echt nice. Mr. Borgen. Ich habe deinen Wagen, Herr. Ich habe deinen Wagen. Ich habe deinen Wagen. Dann hat dein Gott endlich gefeiert. Was bist du denn? Ich habe deinen Wagen, Herr. Ich habe mich aus dem Morpheus'embrief. Ich werde nicht mehr denken, Herr. Ich bin frei. Ich bin frei. Du bist nicht frei, Freund. Du bist drunk. Sit down, Reverend. Wir sind nicht fertig. Du bist nicht fertig. Look at ihn. Er ist fertig. None of us forced liquor zu sein, Freund. Ich wollte ihn nur spielen. Erstens, wir sind nicht Freunde. Nehmen Sie keinen Fehler auf dem Thema. Zweitens, er kann es nicht so schwer sehen, dass es nicht so sein. Reasoning nicht immer war eines meiner starken Punkte, aber ich mache das einfach gut. Du willst, oder? Oder machen wir hier? Ich wollte ihn einfach den Spiel. Warum nicht wir alle einfach so gehen? Oh, Reverend ist besoffen. Und zwar richtig. Oh, komm, wir spielen mal. Ich kann das Spiel, aber nicht. Ich kann das Spiel, ich poke an. Äh, hier zwei Karten. Weine Karten werden später ausgestellt. Die Spieler müssen nun auf ihr Blatt setzen, oder sie können blöffen, wenn ihr Blatt eher schlecht ist. Ja, vielleicht was gut ist und was nicht gut ist. Ich glaube, das sieht gut aus. Deine Karten L2. Okay. Und jetzt bist du ein Chaperone? Ich glaube, das ist ein gutes Blatt. Komm, wir gehen mal mit. Und du bist dran, du bist der letzten Halt jetzt bei Rücken, die Gemeinschaftskarten. Das ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir jetzt... Beitrag? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, das ist eher schlecht passend. Oh, das wollt ihr jetzt nicht. Alles verloren? Scheiße, nur noch mal. Ich wollte eigentlich schieben. Das ist doch scheiße. Ich kann gar nicht. Ich muss mitgehen. Komm, wir gehen einfach mit, wer es wurscht ist. Obwohl, so schlecht sieht es gar nicht aus. Glaube ich. Wir springen. Check. Nah. gewonnen ich kenne das spiel zwar gar nicht aber ist komplett egal sieht nicht schlecht aus obwohl das eigentlich schlecht weiter kommen wir mal rein da nur zwei damen oder komm wir knallen rein da wir blüffen einfach mal leg rein komm wir legen nochmal rein so ein penner 80 dinge abgezogen komm wir verlassen jetzt ein bisschen was habe ich ja gewonnen so wo sehe ich jetzt wo ist meine knete 173 scheiße ich glaube dass wir eh was verloren haben ne wir hatten 133 oder da haben wir ein bisschen was gewonnen ich mach mal das bildmarkerät an Leute sorry Leute aber ich kann kein poker mal sitzen machen einfach mitgehen gleich gewinnen wir ja we got reverend swanson rufen reverend stop reverend 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 mr morgan hand here please hey calm down hey get your hands off him runter hat auf hop 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 und rum Leute haben sich Jeep auf auf in Oh, er schützt ja nicht von der Brücke hier. Wo ist denn der? Mit dem Fuß schießen oder was? Alter, da kommt der Zug! Nein, wach doch! Geh' deinen Fuß raus! Schwier' deinen Fuß, du kranker Mann! Du hast es! Komm schon! Alter, gut! Sie hat sich auf die Schienen. Was ist denn das für Gestalten, ey? Was ist denn das für Gestalten, ey? Alter Ja, er kommt mir vor wie der Professor von Zurück aus der Zukunft. Tee, please? So, wenn wir zu Margaret, äh, reiten. Okay, boy. Hey, Charlie back there. Ja. Hey, die sind Schafe, die könnten mir eigentlich auch kühlen. Ja. 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 halt jetzt hier immer nur der Straße, glaube ich. Können wir hier nicht mal durch den Wald rennen? Ein bisschen abkürzen. Alter! What? Wir müssen hier hoch. Kann man mal anlaufen da hoch? Binde den Pferd an den Pfosten an. Wenn wir den Pfosten finden, dann können wir den Pfosten anbinden. Na, da ist ein Pfosten. Wollen wir ein Pferd einparken. Plötze. Ja, da ist es. Das ist gut. Wir müssen hier. So, hier ist ein Bett. Kann man das blöde Ding ausschalten? Gibt es viele Lizenzprobleme? Ihr kriegt aber kein Geld, gell? Dann muss ich irgendwo anders verdienen. Hi Arthur. Hi. Herr Morgan! Herr Morgan! Herr Strauss! Wollen wir mit dir mal reden? Ich werde dich entkommen. Schon? Sie wissen, wie es ist. Menschen sind froh, dass jemand jemand wie ich aber eher enthüsiadisch für jemanden wie Sie. Natürlich. Wer sind Sie? Hmm. Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutchess bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Datas belong in prison. We are doing them a favor. Ah, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box. Schuldnerliste. Notizen, Tagebuch, Fotografien. Müsste eigentlich das sein, oder? Try not to kill them. It's very bad for business. Na, das ist es nicht. Äh, Personen, die der Bande Geldschulden sind auf der Karte mit L.S. und so'n Ding bankiert, okay. Suche die Schuldner und treibe das Geld ein. Ah, da haben wir eh schon was auf der Karte. Machen wir jetzt auch gleich. Ah, hier. Mr. Roble. Okay. Dann gehen wir gleich mal zu dem und holen die Kohle zurück. So, dann gehen wir mal zu Mr. Wubble. Und fahren dort mal. Was haben wir da jetzt grad? Verbesserung? Können wir schon was machen, oder was? Verbesserung, hm? Ach so. Tasche. Ist alles noch gesperrt. Okay. Dann muss ich denen noch mehr Zeug bringen. Das ist ja Wahnsinn, was ich denen bringen muss dann, hä. Dann muss ich denen noch mehr Zeug bringen. Das ist ja Wahnsinn, was ich denen bringen muss dann, hä. Florian. Hey, Arthur. Fisch kann, all good? Too good. Acho so. Ja. Schaut schon cool aus. Echt nice gemacht. Wahrscheinlich kann ich durch den Fluss nicht durchreiten, oder? Kann ich sogar. Ich würde gerne mein Pferd anbinden. Gibt es hier nichts zum Anbinden? Gibt es hier nichts zum Anbinden? Ja, anscheinend nicht. Ja doch, da ist ein Anbindepunkt, oder? Ne, ok, ist keine Ahnung. Dann kriegst du mal ein bisschen was, komm. Ah, ist hier da blöd drin, oder? Aber wir nehmen doch irgendwann mal das Repetilgewehr. Nur mit Gewehr, Philipp, ist sicher. Ok, schauen wir doch mal, ob sie irgendwas gibt, irgendeine Spur oder so. Gehen auf jeden Fall auch mal ins Haus rein. Riecht der polnisch, oder was? Äh, wir bedrohen ihn mal. Ja, du weißt, woher du diese Spur? Ich brauche ein bisschen Zeit, dann findest du Geld. Nein, noch nicht verstehe dich. Ja, verdammt! Du hast ein Geld von Harris-Strauss. Pay auf! Stop! Ich habe keine Kraft! Danke! Na doch nicht! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Bitte nein! Nein, 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 nein! Man hat Geld, aber ich habe das. Es ist gut, es ist gut, es ist egal, es ist Wortschraue, ja. Plündere das Haus, okay. Werdet du dich zu plündern hier, Mensch? Werdet du hier mit etwas? Sehr wert, gut. Nicht gut, ja. Szent wachsen,rebbre dich zu conversion. Longer I look, madder I get. Nein, 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 nein! Yes, 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 yes! Die Spendendose. Okay, verlasse das Haus. Okay, dann muss ich es oben im Lager spenden praktisch. Wie du fällst mir den Rücken, du Penner, sonst batter ich dir weg. Ich verlasse das Haus noch nicht, weil ich will erst mal schauen, was hier ist. Tja, kann ich da nichts dafür, da kannst du nichts aufnehmen, Bitch. Okay, ich habe es genommen und kann es wirklich herstellen, nutzen, an Healer verkaufen oder im Lager in die Lagerkasse legen. So. Tschüss. Noch einmal, wenn du kurz vor uns hier Geld leistest, aber dann. Gehen wir doch mal in die Scheune rein, weil wir gucken, was da noch ist. Ungarisches Halbblut. Ist auch nicht gerade gut, aber kann man die denn verkaufen, die Pferde? Ist ja gut, wenn man die verkaufen könnte. Ich habe mich nicht' ein paar guys zu tun. Pferdewecker Pearson kann Taschen mit erhöhter Kapazität verstanden Das bringt mir bloß nichts, weil ich noch nicht genug Zeug habe dafür Wir gehen zu unserem Lager Ja Wer ist da? Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Oh, es wird zu nebel hier, oder ist? Was, ich höre die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu. Um dein Datei aufzufüllen, so wie Markenbitter, um dein Ausdauer aufzufüllen. Preis 30 Dollar. Okay, da warte ich aber noch ein bisschen. Ne, da warte ich noch ein bisschen. Das mache ich jetzt noch nicht. Info von Bergen. Jetzt mal durchschauen wahrscheinlich, oder? Boah, 300 Dollar. Kaufe einen Hühnerstall für das Lager. Alle Eintöpfe aus dem Lager erhalten etwas Nachfluss und gewähren einen Dead-Eye-Schub. Okay. Ich kann mal voll ausbauen, ey. Lederbearbeitungswerkzeuge. Kaufe besseres Werkzeug für Pursen, damit kann er weitere Verbesserungen für dich herstellen. Das kostet alles so viel, Mensch. Ey, komm ich jetzt hier wieder raus? Ich will nicht kaufen, Mensch. Ich will hier raus. Alter, komm ich hier nicht raus? Was ist denn da los? Kaufe eine Verbesserung für den Rhein. Ich muss jetzt was kaufen. Mei, reg mir das auf. Dann mache ich das hier. Ne, ich muss was Teures kaufen, oder was? Ja, komm, dann kaufe ich das für 30 Dollar, weil sie wurscht ist. Das nervt jetzt gerade. Warum muss ich das kaufen? Ich wollte es jetzt noch nicht kaufen. Ich würde mein Geld sparen, Bitch. Wie warst du, Herr Morgan? Called in on the smallholder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer-preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Hey, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. I usually do. I know. I know. Okay, dann gehen wir zu dem hin. Okay, ich würde sagen, dass es ein ziemlich weiter Weg ist, machen wir das in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt hier nochmal ausruhen, frisch rasieren, fertig machen und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das gefällt, lasst mir natürlich ein Abo, Like, Kommentar da. Alles sehr, sehr gern gesehen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi. Gut, dann bis zum nächsten Mal.